Das Bernd-Event im März. Man nehme 200 Tonnen Stahlbeton und baue einen Raum daraus. Einen Raum ohne Fenster, ohne Tür, ohne Ausgang. Hinein kommen ein Busch, ein Schaf und ein Brot. Sie sind Gefangene im Kasten. Warum? Wo sind wir hier? Und wie sind wir hierher gekommen? Und wie kommen wir wieder raus? Und knödelblödeldöo. Ich konnte nicht anders. Auf der Suche nach einem Ausweg, gehen drei Freunde an ihre Grenzen. Und weit darüber hinaus Bernd das Brot, Chili das Schaf, briegel der Busch. Oh oh! Noch so ein blöder Raum und Michael Kessler in Kasten. Das Bernd Event im März. Heute 20.15 Uhr im Kika.